Das Land Bayern ist das flächenmäßig größte und bekannteste deutsche Bundesland, deren Traditionen, Bräuche und Feste weltweit viel geläufig sind. Auch wenn viele sich unter einem Klischee Deutschen ein Klischee Bayer vorstellen würden, ist Bayern das Bundesland, das sich am wenigsten mit der Bundesrepublik identifiziert. Die 1946 gegründete Bayern-Partei setzt sich für den Austritt Bayerns aus der Bundesrepublik Deutschland ein und war 1948 im Bundestag und in den 1950er Jahren Teil der bayerischen Landesregierung. Auch wenn der Einfluss der Bayern-Partei eher gering ist, gibt es im Freistaat Bayern statistisch gemessen eine höhere Interesse auf Unabhängigkeit als in den 15 anderen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. 2009 antworteten laut Generationsstudio der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung auf die Frage, ob Bayern ein eigenständiger Staat sein sollte, 23% mit Ja und 16% mit Teils-Teils. 2017 betrug der Anteil der Unabhängigkeitsbefürworter in Bayern laut Jogov-Umfrage bei etwa 32%. Auch wenn einige Bayer gar nicht so abgeneigt von einer bayerischen Unabhängigkeit wären, wäre es für die Franken, eine Volksgruppe Nordbayern, ein Horrorszenario. Viele Franken sehen sich nicht als Bayer und fühlen sich vom Süden benachteiligt. Seit Oktober 2009 existiert die Partei für Franken, die sich für die wirtschaftliche Stärkung des Frankenlandes einsetzt. Die Partei für Franken ist zwar nicht für eine Loslösung vom Freistaat Bayern, es sei denn, eine generelle Neugliederung der Bundesländer würde anstehen. Dann würde sich diese Partei für ein eigenes Bundesland der Franken einsetzen. Sagen wir einfach mal, die Bayernpartei und die Partei für Franken setzt sich an einen Tisch und beide verhandeln darüber, ob man sich gemeinsam für eine vereinte bayerische Unabhängigkeit einsetzt. Nach langer Verhandlung machten beide Parteien einen Kompromiss, so dass sich beide für eine gemeinsame Unabhängigkeit Bayerns stark machen. Mit einer sehr guten Zusammenarbeit sammelte man innerhalb von nur einem Monat so viele Unterschriften, so dass man eine Volksabstimmung über die Frage, sollte der Freistaat Bayern von Deutschland unabhängig werden, durchführen durfte. Mit einer Wahlbeteiligung von 79% stimmte die Mehrheit für einen Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland und Bayern ist von nun an ein unabhängiges Land. Zur Richtigstellung, mir ist bewusst, dass eine bayerische Unabhängigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch ist und dass sich Bayern in den nächsten Jahren sich nicht von Deutschland abspalten wird. Auch weiß ich, dass wenn es zu einer vermehrten Unabhängigkeitsinteresse kommt, dass eine Abspaltung jetzt nicht so schnell geschieht, wie in meinem eben beschriebenen fiktiven Szenario. Das alles ist Teil meines Gedankenexperimentformates Was wäre wenn? Ein Format, wo ich euch ein geografisches Szenario vorstelle und dieses versuche in die Realität umzusetzen. Das könnten sowohl Länder sein, die nicht mehr existieren, Regionen, Bundesländer und Provinzen, die gerne mal welche wären oder zwei oder mehrere Länder, die sich zu einem Megastaat fusionieren. Dabei konzentriere ich mich weniger auf die Geschichte und Politik, sondern eher auf die Auswirkungen auf den Sport und hauptsächlich auf den Fußball. Im heutigen Video, was wäre wenn der Freistaat Bayern eigenständig wäre? Beginnen wir mit den wesentlichsten Fakten über Bayern. Der Freistaat Bayern, kurz Bayern, ist das flächengrößte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland und liegt im Südosten des Landes. Mit rund 13,2 Millionen Einwohnern ist der Freistaat das zweitbevölkerungsreichste Bundesland der BAD. Von 1806 bis 1918 war das Königreich Bayern ein teilweise eigener Staat und wurde mit dem Ausruf der Weimarer Republik Teil des Landes und erhielt seitdem den Bezeichnungszusatz Freistaat, was keine höhere Bedeutung hat. Das in meinem Szenario unabhängige Bayern wird weiterhin demokratisch bleiben und benennt sich in der Republik Bayern um. Der neue Staat wird von der Mehrheit der Vereinten Nationen anerkannt und erhielt sogar einen Sitz. Auch hat sich Bayern für eine FIFA- und eine UEFA-Mitgliedschaft beworben und wurde direkt angenommen, sodass es zu keinerlei vertraglichen Schwierigkeiten mit den Spielern kommt. Da man möchte, dass sich auch die Franken im Land wohlfühlen, gibt es in der Republik Bayern zwei Hauptstädte. Einmal München für die bayerischen Regionen und Nürnberg für die fränkischen Regionen. Da Bayern nicht mehr zu Deutschland gehört und demnach nicht mehr zur Europäischen Union, braucht das Land eine eigene Währung und einen eigenen Pass. Die Republik Bayern hat eine Fläche von insgesamt 70.550 Quadratkilometern und wäre in Europa auf Platz 20 und weltweit auf Platz 118. Vergleichbare Länder von der Fläche her wären Sierra Leone und die Republik Irland. Die Einwohnerzahl von Bayern liegt bei insgesamt 13,3 Millionen Menschen und wäre in Europa auf Platz 13 und weltweit auf Platz 77. Vergleichbare Länder hier wären Belgien oder Burundi. Die größten und bekanntesten Städte in Bayern wären neben den beiden Hauptstädten München und Nürnberg Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Fürth, Würzburg, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Rosenheim, Schweinfurt und Passau. Beenden wir jetzt die kleine Faktenrunde und konzentrieren uns mal auf den bayerischen Fußball. Der Freistaat Bayern hatte aufgrund fehlender Unabhängigkeit noch nie eine eigene offizielle Fußballnationalmannschaft und hat deshalb nie wirklich an Turnieren teilgenommen. Die einzigen Male, wo man eine bayerische Fußballauswahl teilgenommen hat, war beim UEFA Regionepokal ein Wettbewerb für die besten Regionen im Amateurfußball. 2019 kam der Bayerische Fußballverband bis ins Endspiel, verlor aber dieses gegen Niederschlesien mit 2 zu 3. Ein weiterer Wettbewerb, an dem der Bayerische Fußballverband des öfteren Mal teilnahm, war die DCM Trophy, ein Einladungsturnier in Indien. Bei diesem Turnier schaffte es Bayern meistens bis ins Endspiel und wurden 1972 und 1978 Zweiter. Auch nahm die bayerische Fußballauswahl am ehemaligen Kronprinzen aka Bundespokal teil, wo man mit 14 gewonnenen Trophäen der Rekordsieger des Turniers ist. Im Laufe der Geschichte gab es aber nicht nur bayerische Fußballauswahlmannschaften, sondern seit 2014 auch eine fränkische. Auch wenn diese weder von der FIFA noch von UEFA anerkannt wird, ist sie aktuelles Mitglied der Kunifa, ein Dachverband für von der FIFA nicht anerkannten Nationalmannschaften. Die Frankenelf machte statt heute nur zwei Länderspiele und das nur gegen die Fußballauswahl von Raetia. Das erste Länderspiel im Mai 2014 gewann man 4 zu 2 und das letzte im September 2015 verlor man 6 zu 0. Da aber der Bayerische Fußballverband ein bisschen Stress geschoben hat, fand seit 2015 kein weiteres Länderspiel der Frankenelf mehr statt. Deutlich, deutlich, deutlich erfolgreicher war das Bundesland im Vereinsfußball. Vor Gründung der ersten Fußball-Bundesliga 1902 bis 1962 stammen insgesamt drei deutsche Meister aus dem Freistaat. Darunter waren dreimal die Spielvereinigung Fürth, einmal der FC Bayern München und siebenmal der 1. FC Nürnberg. Nach Gründung der Bundesliga veränderten sich die Machtverhältnisse im Bundesland Bayern enorm. Während die TSV 1860 München und der 1. FC Nürnberg nur einmal die Bundesliga gewinnen konnten, gewann der FC Bayern München diese seit 1963 insgesamt 31 Mal. Nicht nur in der Bundesliga sind die Machtverhältnisse so krass ausgedehnt, sondern auch im DFB-Pokal. Dort gewannen die bayerischen Fußballmannschaften insgesamt 27 Mal den DFB-Pokal. Zweimal die TSV 1860 München, viermal der 1. FC Nürnberg und 20 Mal der FC Bayern München. An der Bundesliga bereits einmal teilgenommen haben folgende sieben bayerische Fußballmannschaften, wovon zwei von sieben Mannschaften aktuell noch Erstklassig spielen. Deutsche Meister und deutsche Pokalsiege am Frauenfußball aus Bayern gibt es schon, aber bisher nur der FC Bayern München viermal und einmal. An internationalen Wettbewerben haben schon mehrere Vereine aus Bayern teilgenommen. Einmal der FC Augsburg, siebenmal der 1. FC Nürnberg, achtmal die TSV 1860 München und insgesamt 55 Mal der FC Bayern München. Der FC Bayern ist es auch, der international am erfolgreichsten war. Viermal gewannen die Bayern den Weltpokal, zweimal den UEFA Superpokal, einmal den UEFA Cup und sechsmal die UEFA Champions League. Auch ist der FC Bayern München in der ewigen Tabelle der UEFA Champions League auf Platz 2 und gehört zu einer der besten Vereinsmannschaften aller Zeiten. Der einzige internationale Erfolg einer anderen Mannschaft außer die Bayern war die TSV 1860 München, die 1965 bis ins Finale des Europapokal der Pokalsiege gekommen ist, dort jedoch an West Ham United scheiterte. Neben Legenden wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Paul Breitner, Sepp Mayer, Georg Schwarzenbeck und Max Morlock gab es schon insgesamt drei Weltfußball aus Bayern. 1970 Gerd Müller, 1972 und 1976 Franz Kaiser Beckenbauer und 1990 Luther Matthäus. An den Olympischen Sommer- und Winterspielen hat Bayern als Land noch nie teilgenommen, aber würde man die von bayerischen Sportlern und Sportlerinnen gewonnenen Medaillen von 1998 bis 2018 zusammenrechnen, dann hätte Bayern insgesamt 41 mal Bronze, 47 mal Silber und 58 mal Gold geholt. Die erfolgreichsten Sportarten waren dabei Hockey, Fußball und Rennrodeln. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die Frage, wie gut wäre eine bayerische Fußballliga und wie sähe sie aus? Nach Marktwert ausgewählt, kommen folgende 14 Vereine in der ersten Saison in der ersten bayerischen Fußballliga. Da die Plätze in der Liga begrenzt sind, kommen Vereine wie der SV Viktoria Aschaffenburg, TSV Buchbach, FV Illertissen, der FC Pippinsried und der VfB Eichstätt nicht in die erste Liga. Auch nicht in die erste Liga kommt der KFC Uerdingen, weil dieser Verein aus Krefeld kommt und Krefeld natürlich nicht in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen liegt, was hoffentlich bestimmt jeder weiß. Vom Marktwert her können auch die Reservemannschaften von Bayern, Nürnberg, Augsburg und Fürth in der ersten bayerischen Liga spielen. Da ich aber der Meinung bin, dass Reservemannschaften, zweite Mannschaften Wettbewerbsverzerrungen sind, bekommen sie von mir eine ganz eigene Liga mit einem Marktwert von 12,7 Millionen Euro. Wie auch in der Realität in der Bundesliga würde auch hier der FC Bayern München alles dominieren und hier sogar noch schlimmer als in Deutschland. Deshalb könnte man darüber nachdenken, dass der FC Bayern München die Erlaubnis bekommt, weiterhin in der Bundesliga mitzuspielen. Ob man aber den FC Bayern München gerne so schnell wiederhaben möchte, ist fraglich. Auch eine Option wäre ein Wechsel in die Serie A, womit Franz Beckenbauer schon 2003 gedroht hat. Egal ob Bayern bleibt oder nicht, würde direkt dahinter der FC Augsburg folgen. Um die internationalen Plätze kämpfen werden diese drei Vereine und im erweiterten Kreis sind diese zwei hier. Einen typischen Mittelfeldplatz erhalten sehr wahrscheinlich die beiden Mannschaften und im Abstiegskampf verwickelt werden folgende Vereine. Im letzten Video zu Baden-Württemberg habt ihr angemerkt, dass würde eine neue, sehr wahrscheinlich schwächere Liga entstehen, dass es unrealistisch sei, dass die Topstars wie Sadio Mane, Joshua Kimmich oder Serge Gnabry alle bei ihren Vereinen bleiben werden oder wenn doch, dass deren Marktwert dadurch drastisch sinken würde. Da es aber eine Sache ist, die ich schlecht nachstellen kann, tun wir mal so, als würden alle Spieler aus Respekt eine Saison bei ihren Vereinen bleiben. Rechnen wir die Marktwerte zusammen, erhalten wir einen Gesamtmarktwert von 1,6 Milliarden Euro. Geteilt durch 14 Teams haben wir einen durchschnittlichen Marktwert von 75,87 Millionen Euro und wäre im europäischen Vergleich auf Platz 6. Die Bundesliga, die mit ihrem durchschnittlichen Marktwert auf Platz 4 stehen, würden mit dem Verlust des FC Bayern München und des FC Augsburgs auf Platz 5 fallen. Ohne den FC Bayern München hätte die Bayerische Liga nur einen Marktwert von 183,55 Millionen Euro, durchschnittlich 14,11 Millionen Euro und wäre im europäischen Vergleich nur noch auf Platz 19. Würde es die Bayern Liga schon seit 1963 geben, dann wäre es laut Falsche 9, diese hier die bayerischen Fußballmeister der letzten Jahrzehnte. Hätte es als Zusatz noch einen fränkischen Pokal oder eine fränkische Liga gegeben, dann wären das hier die Sieger. Wenn wir schon sagen, dass die Bayerische Liga schon seit 1963 existiert hat und es somit nie einen FC Bayern München, 1. FC Nürnberg oder andere bayerische Fußballvereine in der Bundesliga gegeben hat, müsste man auch die Meisterschaften, die vom FC Bayern, TSV 1860 und der 1. FC Nürnberg gewonnen wurden, neu vergeben. Würde man die bayerischen Meister aus der Bundesliga entfernen, dann würden folgende Vereine davon profitieren. Rekordmeister wäre somit Borussia Dortmund mit insgesamt 12 gewonnenen deutschen Meisterschaften. Zweiterfolgreichster Klub wäre der SV Werder Bremen mit 9 und dritterfolgreichster wäre der Hamburger Sportverein und Borussia Mönchengladbach mit insgesamt 6 deutschen Meisterschaften. Kommen wir jetzt von der Bayerischen Fußballliga zur Bayerischen Fußballnationalmannschaft. Sagen wir mal, wir dürfen zum nächsten Länderspiel an 23 Mann Kader nominieren und ausgewählt werden nur die Spieler, die in Bayern geboren sind. Eventuelle Trainer aus Bayern, die man nehmen könnte, wären Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Achim Bayerlorzer, Markus Weinzel oder man versucht es mit Felix Magath. Die Aufstellung, die wir hier verwenden, ist die 4-2-1-3-Formation. Im Tor haben wir Güney Güvensch von Giziantep FK. In der Innenverteidigung haben wir einmal Marin Pongrasic von US-Letsche und Niklas Stark von Werder Bremen. Links neben Stark haben wir David Raum von Leipzig und als rechten Verteidiger haben wir Marius Wolff von Borussia Dortmund. Im Mittelfeld haben wir zwei Gladbacher, einmal Florian Neuhaus und daneben Julian Weigel. Über den beiden Fohlen haben wir als offensiven Mittelfeldspieler Mario Götze von Eintracht Frankfurt. Als rechten Flügelspieler haben wir den ersten und einzigen in der Startelf, der aktuell bei einem bayerischen Fußballverein unter Vertrag steht und das ist Thomas Müller vom FC Bayern München. Auf der anderen Seite, auf den linken Flügel, spielt Karim Adiemi von Borussia Dortmund. Zu guter Letzt, vorne im Sturm, spielt Kevin Volland von der AS Monaco FC. Kommen wir von der Startaufstellung zur Bank. Dort haben wir als mögliche Torwart-Alternativen Manuel Riemann und Nico Mantel. Weitere Feldspieler auf der Bank sind Maximilian Bauer, Alexander Hack, Kingsley Ihi-Sibue, Benno Schmitz, Niklas Dorsch, Angelo Stiller, Timothy Tillman, Milos Pantovic, Jamie Leveling und Robert Glatzel. Da der Platz in der Nationalmannschaft begrenzt ist, müssen Spieler wie Leopold Zingerle, Erik Schuranov, Kevin Ehlers, Diego Contento oder Moritz Leitner zu Hause bleiben. Die Nationalmannschaft von Bayern hat einen Gesamtmarktwert von insgesamt 206 Millionen Euro. Der durchschnittliche Marktwert liegt bei insgesamt 8,95 Millionen Euro und wäre im weltweiten Vergleich auf Platz 23 und im europäischen auf Platz 16. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Könnte Bayern eine Welt- oder Europameisterschaft organisieren und ausrichten? Die Antwort ist hier, wie auch bei Baden-Württemberg im letzten Video, nein. Um eine Fußball-Welt- oder Europameisterschaft ausrichten zu können, braucht Bayern deutlich mehr Stadien mit über 35.000 Plätze. Man hat zwar mit der Allianz Arena, dem Olympiastadion und dem Max-Morlock-Stadion drei turnierwürdige Fußballstadien mit einer Kapazität über 50.000, aber um eine WM oder EM ausrichten zu können, sind drei Stadien zu wenig. Denn hinter dem Max-Morlock-Stadion mit insgesamt 50.000 Plätze kommen nur Fußballarenen mit unter 30.000 Plätze. Man kann zwar über eine mögliche Zusammenarbeit mit Österreich, Schweiz oder Tschechien nachdenken, aber möchte Bayern alleine ein sportliches Großereignis ausrichten, müssten sie bestehende Fußballstadien vergrößern oder welche neu errichten. Sonst hätte Bayern die benötigte Fußballkultur und mit Franz Beckenbauer jemanden, der weiß, wie man sich sowas legal und ohne Geld natürlich beschafft. Meine Einschätzungen und Erwartungen für den bayerischen Fußball. In der nationalen Liga Bayerns gibt es mit dem FC Bayern München eine der besten Fußballmannschaften weltweit. Auch wenn das nach einer guten internationalen Vertretung klingt, macht der Verein die Liga eher unattraktiv und überhaupt nicht spannend. Bis auf den FC Bayern gibt es in der Liga kaum wirklich gute Mannschaften. Bis auf den FC Augsburg oder vielleicht mit beiden Augen zu der 1. FC Nürnberg, aber Rest ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Bayern bekommt von mir in der Kategorie Nationale Liga 7 von 10 möglichen Punkten. Ohne den FC Bayern München erhält das Land Bayern nur 4,5 von 10 möglichen Punkten. International. International ist die Republik Bayern zwar mit dem FC Bayern München gut vertreten, aber das war es. Augsburg schätzt sich okay in der Europa League ein und Nürnberg vielleicht, vielleicht in der Conference League, aber so wirklich weit und erfolgreich sehe ich kaum meine Mannschaft aus Bayern, außer den FC Bayern München natürlich. Bayern bekommt von mir in der Kategorie Nationaler Fußball 5 von 10 möglichen Punkten. Ohne den FC Bayern München sehe ich lediglich nur 2 von 10 möglichen Punkten. Die Fußball-Nationalmannschaft, die Fußball-Auswahl der Bayern sehe ich nicht ganz so schlecht. Ich glaube, sie werden sich regelmäßig für Fußball-Europameisterschaften qualifizieren, obwohl ich glaube, dass es bei Weltmeisterschaften schon ein bisschen eng werden könnte. Bei EM sehe ich sie so maximal bis ins Achtelfinale und bei WM so zwischen Vorrunde und Sechzehntelfinale. In der UEFA Nations League sehe ich sie in der Liga B. Bayern bekommt in der Kategorie Nationalmannschaft 7 von 10 möglichen Punkten. Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Da ich dazu schon vor, glaube ich, 2 Minuten schon was gesagt habe, muss ich es nicht nochmal wiederholen. Und Bayern bekommt von mir 5 von 10 möglichen Punkten. Das macht eine Gesamtbewertung von 24 von 40 möglichen Punkten. Ohne den FC Bayern München eine Gesamtbewertung von 18,5 von 40 möglichen Punkten. In meinem Gedankenexperiment-Ranking wäre Bayern auf Platz 3 oder ist Bayern ohne den FC Bayern München auf Platz 6? Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr den bayerischen Fußball einschätzen? Schreibt eure Bewertung gerne in die Kommentare. Auch könnt ihr weitere Vorschläge für das nächste Gedankenexperiment machen und vielleicht seid ihr es, die hier stehen. Ich finde es absolut mega, wie krass ihr meine Gedankenexperimente feiert und wie schnell dadurch mein Kanal wächst. Ich habe auch eure Kritiken gelesen und ich werde versuchen, meine Aussprache ein wenig zu verbessern. Es gibt einige Wörter, die ich beim Redefluss nicht so gut betonen kann oder gerne einzelne Buchstaben und Wörter verschlucke. Sonst, hoffentlich gefällt euch der Inhalt und der Rest meines Kanals. Ich hoffe, ihr habt diesen schon längst abonniert und auf die Glocke gedrückt, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Wenn ihr wissen wollt, warum die Bundesliga-Playoffs gut sind, aber das Konzept kacke oder die anderen Gedankenexperimente sehen wollt, dann klickt hier in der Endcard. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao! Das war's mit dem Video.